So, dann geht's mal los. So, hier haben wir den... Ah, okay, hier kriegen wir also unseren Saft her. Der Saft. Äh, ah, ja, okay, gut. Ja. Alles klar. So, äh, nee, Moment, stopp, stopp, wir mussten hier lang. So, nehmen wir mal mit, kann sein, dass es uns das vielleicht noch nützlich, äh, wird. Ist, tut'n tun? Nee. Okay. Dann brauchen wir es wohl für die Leiter. Jawoll. So, dann mal hoch hier. So, und, äh, ich seh grad neue Schlüssel verfügbar, dann lass doch mal sehen. Oh, okay, noch ein Verdoppler. Das ist sehr geil. Jetzt muss ich nur grad überlegen, wo wir den gebrauchen können. Ähm. Oh, ich hab ne Idee. Moment. Hier. Den. Würde ich gern raus tun. Kann ich entfernen. Ah, okay. Okay. Ähm. Und dann tun wir den hier rein. Nee, Moment, den da. So. Jawoll. Sehr geil. Alles klar. So, einen haben wir noch. Äh, und das muss ein Tritt sein. Dann nehmen wir doch gleich den hier. Dann haben wir eine richtige Zeitkombi. Äh. Schlag, Tritt, Tritt, Schlag, Tritt. Ja, Tritt. Eventuell. Aber dafür haben wir ja noch nicht genug Elemente. Das kriegen wir noch hin. So, dann gucken wir mal. Da wieder rüber. Ah, okay. Jetzt kommen wir durch die Tür da. Ja. Wieso tut es weh, diesen Irren so fertig zu sehen? Können wir ihn erlösen? sondern lassen wir sehen security room alles klar alle toilette herrn toilette ja runter da war doch herrn toilette oder nicht dass er jetzt hier die ganze zeit der welt schwach sind aber nein es war die herrn toilette okay so lassen wir sehen toilets okay das ist die herrn toilette von gerade okay nee da muss irgendwas drin sein dann lassen wir noch mal sehen also entweder ist hier was drin oder direkt auf dem flug ah aha sie an okay tatsächlich not bad man muss das nur wissen doch der fliegt weiter gut und ich mache mir schon sorgen so server room security post und in der szene alles klar was kommt auf uns zu okay das ist der würfel okay memorize die zukunft der menschheit sehr bescheiden okay wird memorize schwindel entlarvt muss die menschheit tapfer sein wenn sie am ende des fortschritts vor scherben steht erst dann wird das geheimnis offenbar die menschheit tapfer sein wenn sie am ende des fortschritts vor scherben steht erst dann wird das geheimnis offenbar okay äh ähm ja was soll ich groß dazu sagen ich verstehe es nicht äh hier können wir auch nichts machen hier gibt es auch keinen hinweis ne in scherben was für scherben aber scherben ist schon klar welche scherben wir meinen aber hä einfach einfach was okay nochmal wird memorize schwindel entlarvt muss die menschheit tapfer sein wenn sie am ende des fortschritts vor scherben steht erst dann wird das geheimnis offenbar dann wird das geheimnis offenbart ja dann muss es doch hier irgendwo warte mal ah ominis evolutio ominis evolutio ominis memorize memorize evolutio evolutio ominis ominis okay hat das eine bedeutung dass wir drei drei äh punkte hier haben ich habe nämlich ehrlich gesagt so ein bisschen die vermutung weil drei ne alle guten dinge sind drei auch wenn das was memorize macht sicherlich nichts gutes ist warte mal wir haben wir haben diesen weißen ring ne ha also ha ist ominis das ist klar drei also kommt mir nicht nur auffällig vor weil drei ne besondere zahlen ne sondern weil da hinten steht ja auch h3 irgendwas aber ominis evolutio weiß nicht warte mal gibt es gibt es hier irgendwas ne also ich glaube h können wir schon mal auf jeden fall weil das ist eine eine äh eine repräsentation ja von einem h h 3 also irgendwas muss mit der 3 sein aber ich verstehe also ich verstehe das rätsel nicht ganz ehrlich gesagt so also h für ominis drei weil wir haben hier drei säulen also ich nenne sie jetzt mal drei säulen ich weiß nicht ob das säulen sind weil es sind ja nur hier so so kreise aber was ist das letzte was ist das letzte ich verstehe es nicht also also ominis wahrscheinlich für die menschheit ähm ich kann kein latein muss ich dazu sagen ja äh evolutio ist klar evolution memorize der konzern name ich probiere jetzt einfach mal aus okay nein nein nee moment so ich glaub von allem ist das eigentlich nur eins oder komm mal nee moment nein ah hä what what hä warum o warum o also evolutio ist klar aber warum o und 3 ist zumindest für mich auch klar aber warum o hä ok machen wir weiter ich werde nachher mal gucken ob es irgendwo im internet eine Möglichkeit gibt wo das interpretiert wurde da wo ein video ok da passiert aber jetzt ach da oben ist er ich und oh i understand so best ja ok gut ich geh jetzt mal hoch neopolis bla 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 ich kann es immer noch nicht aussprechen äh knopf 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 synchron ja äh was öffnung des würfels was what ach das sind wir ok das sind wir das ist unser vater und das ist unsere mutter ich habe einen verdacht wir haben ja hier diese diese wörter die um uns drum herum stehen beziehungsweise auch um unseren vater und unsere mutter sollen wir ist das quasi wie so eine art beziehung zwischen den personen also ich weiß es nicht gucken wir mal die frau hört auf ihren mann aber verlässt ihr kind der mann bewundert seine frau aber hört ihr nicht mehr zu das kind liebt seinen schützenden vater aber auch seine rabenmutter ok nettes familienporträt äh also wir lieben beide auch wenn ich das jetzt aus nüllensicht verneinen kann aktuell äh zumindest gegenüber unserem vater weil den kennen wir ja nicht äh zumindest können wir uns nicht mehr daran erinnern sag ich mal so so die mutter hat ihr kind verlassen hört aber ihrem mann zu und der vater bewundert seine frau und beschützt sein kind Verschluss des konzeptionswürfels manuell durch externe steuerung aufgehoben Notfallprotokoll aktiviert alles klar Sesam öffne dich Charles letzte bastion ist geknackt los Wer baut sowas? Betreten sie den konzeptionswürfel ne den konzeptwürfel ne den konzeptwürfel alles klar ja oh shit oh shit oh shit oh shit wo alles klar äh ich meine da war ja schon klar dass das nicht gut sein kann wenn die beiden bots da gerade sind bam nein nein go away nein weg 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 ach den macht er was aus ok aber den großen nicht i don't understand least kind of logic but ok oh 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 god komm 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 oh da warte 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 wir können ja weder heja wo 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 bei herbert so muss meine kombi ist wieder aufladen oder moment ich habe es gibt ja noch andere möglichkeiten wir erst hiermit bitte ja alles klar willkommen